Musik 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 Wir sind jetzt da bei der neuen Rossmann-Filiale. Umgezogen hier in Heimstetten. Der Hausherr ist auch nicht bei uns, Fritz Humpelmeier. Bist du glücklich über diese Situation? Oh ja, sehr glücklich. Wir haben lange und hart gearbeitet dafür. Das Ganze hat eineinhalb Jahre dauert. Also von Erstkontakt zum Rossmann-Expansionschef. Und ich meine, Rossmann haben wir ja schon lange da gehabt. Aber wir wollten Rossmann natürlich halten. Und dann haben wir sehr, sehr viel und lange getüftelt, hart gearbeitet, haben viel umgemudelt. Und ja, heute sind wir soweit, dass wir aufmachen. Da haben wir jetzt die Filialeiterin, die Frau Hehmann und die stellvertretende Filialeiterin, Frau Geldmacher. Und wie ist es in den neuen Räumen? Gefällt es euch? Es ist ein Träumchen. Ein Räumchen? Ein Räumchen. Es ist wirklich ein Traum, der Laden. Er ist riesengroß. Wir haben ein superschönes Sortiment. Ganz was anderes wie in dem kleinen Laden. Wir sind glücklich. Also ihr habt das Sortiment noch wesentlich erweitern können damit. Das Sortiment ist größer geworden, ja. Und ja, vor allem die Räumlichkeiten. Alles hell, freundlich, ja. Und das sehen wir uns jetzt mal an und machen einen Rundgang durch die neue Rossmann-Filiale. Hier sieht man, wie großzügig und hell die neuen Räume gestaltet sind. Und natürlich darf auch die Fotostation nicht fehlen. Der neue Rossmann im REZ, wo Einkaufen noch Spass macht.